Natürlich noch Nikos Gigs Uncut hier starten. Ich möchte mit euch heute ein bisschen was besprechen, ein bisschen was planen. Und zwar ist es ja super schwer, gerade für mich auf Nikos Gigs auf dem Hauptkanal Videos hochzuladen, weil es eben so gut wie keinen Stoff gibt. Denn es gibt ja keine Jobs, wo man Nikos Gigs drehen kann. Es gibt keine Installation, zumindest sehr, sehr wenig. Wir hatten jetzt mal eine im Bodoni, wo wir da waren. Ansonsten ist es halt sehr, sehr schwer, überhaupt irgendwie Content zu finden, sich aus den Fingern zu saugen. Man könnte halt noch mehr Top 5 Videos machen, aber ich finde die halt auf Dauer, ich bin nicht make my day so. Also zwischendurch ist das mal ganz cool, aber ich möchte gerne diesen Techniker-Vibe behalten und das schaffe ich eben nicht, indem ich nur Top 5, Top 3, Top 10 Videos oder irgendwas mache. Und Lagertour mache ich auch erst, wenn ich mit dem Lager zufrieden bin. Das bin ich nämlich noch nicht. Da müssen noch ein paar Sachen gemacht werden, aber es geht natürlich nicht, wenn man keine Kohle hat. Deswegen dauert das mit der Lagertour also auch noch ein wenig. Aber ich habe mir ein Projekt überlegt, was nicht viel Geld kostet und was ich schon lange machen wollte. Kurze Vorstory. In der ganzen Garten, wir haben ja ein ganz großes Haus, wir haben 300 Quadratmeter Wohnfläche, ist ein sehr altes Haus, wie ihr auch schon durch die Heimkino folgt, denke ich, mitbekommen habt. Aber hat Charakter und da hier ein paar Erdkabel neu gemacht werden müssen, wird die ganze Erde bei uns im Garten aufgerissen. Und ich mache gleich noch ein paar Graben mehr mit einer Grabenfräse für Wasserrohre, für die Brunnenpumpe, dass die Pferde auch was haben, dass wir Wasserhähne auf dem Grundstück verteilt haben und auch Außensteckdosen und so weiter. Und natürlich kommen auch Außenlautsprecher hier hin. Und diese Außenlautsprecher möchte ich selbst bauen. Nun gibt es ja diese, ich suche die mal eben für euch raus. Nun gibt es ja auch diese Bose, FreeSpace, ich glaube 51 heißen die oder so. Das sind diese grünen Mülleimer, die man auch aus dem Heidepark kennt. Und ich schaue mal eben, dann zeige ich euch das gleich mal hier auf dem Screen. FreeSpace, genau, 51 heißen die nämlich. Das sind, wartet mal, das sind diese Teile hier. Das sind die Bose FreeSpace 51. Das ist, da ist so ein 4,5 Zoll drin, mehr ist das nicht. Und ich brauche aber längst nicht so ein großes Gehäuse, weil meine Lautsprecher müssen erst ab 200 Hertz spielen können. Mehr nicht. Ich sage auch gleich, warum das so ist. Und weil ich nämlich auch noch Außen-Subwoofer verbauen möchte. Und diese Außen-Subwoofer sind von steiniger Showtechnik. Das sind die Omnitronic irgendwas. Und man denkt so, Omnitronic ist ja nicht so geil. Doch, das Zeug spielt erstaunlich gut tatsächlich. Für den Preis und für eine Außenanlage, für ein bisschen Gartenmucke, ein bisschen Loungemusik am Pool, ein bisschen Mucke hören, ist das vollkommen ausreichend. Warte mal, ich suche mal eben danach, dann zeige ich euch das Ding mal. Und wir kommen auch gleich zu dem Punkt, wo ich eure Hilfe brauche. Hier ist das Ding. Verfügbar in ca. 5 Wochen. Was ist denn das für ein dober Kack? So, das ist dieses Teil hier. Das ist der Omnitronic G-Sub 8 oder G-Sub 8. Davon möchte ich halt drei Stück in den Garten bauen. Die werden so eingebuddelt und praktisch nur dieses Teil hier oben guckt dann raus. Das ist ein Bandpassgehäuse. Und das ist an sich eine coole Sache, weil das eben alles sehr unsichtbar macht und sehr, sehr cool macht. So, die Nachbarn freuen sich. Ja, bei uns ist es mit den Nachbarn relativ chillig, deswegen ist da erstmal kein Stress. Ah, danke fürs Follow, no other light. Dankeschön auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir zu dem Knackpunkt. Die beste kann ich kaufen, die werde ich auch kaufen, weil das nachzubauen habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Und ein ordentliches Bandpassgehäuse zu berechnen, ist mir alles zu dumm. Dauert zu lange und ich kenne mich, dann bin ich wieder zu perfektionistisch und dann muss ein Probegehäuse gebaut werden und so weiter. Und das ist einfach nicht der Sinn der Sache für eine Anlage, die im Garten stehen soll. Ich möchte Außenlautsprecher die Top-Teile selber bauen. Mit einem sehr schönen Treiber, wie ich finde, von Freital Pro. Das ist ein 4 Zoller und dementsprechend müssen die Tops auch erst ab 200 Hertz spielen können, weil ich eben auch Außenbässe verbaue. Nun möchte ich aber die Außen-Top-Teile aus Beton bauen, weil wir haben auch Hunde und die laufen gerne mal irgendwo gegen. Beton schwingt nicht mit, Beton ist wetterfest und all möglichen Kram und Beton kann ich gießen. Das ist der große Vorteil. Ich möchte nämlich irgendwie eine Negativform machen aus Holz und dann eben da diesen Beton gießen. Und ich möchte euch mal kurz zeigen, wie ich mir das vorstelle. Komm, wir machen mal kurz einfach so ganz stumpf Paint auf. Dieses Programm habe ich, glaube ich, noch nie auf meinem PC verwendet. Oh, jetzt bin ich auf dem falschen Bildschirm. Was soll das? Oh, das ist ein bisschen ätzend mit diesem kleinen 7 Zoller hier oben, aber der ist halt für OBS. Sehr praktisch. So, machen wir mal kurz so. Jetzt möchte ich euch mal kurz zeigen, wie das Ganze am Ende aussehen soll. Ich male mal so auf der Seite, damit es von der Facecam nicht verdeckt wird. Pinsel, Strichstärke, ja so. Soll praktisch so aussehen. Wir machen nämlich einmal, das ist jetzt oben. Okay. Dann haben wir nämlich hier so ein kleines Gehäuse. Ja, so ungefähr. Und dann soll es mit so kurzen Säulen hier runter gehen. Außen. Okay. Geht dann nämlich hier so. Und so. Und theoretisch natürlich hier hinten auch irgendwie. Ja, ihr wisst schon. Und die Mitte soll so gemacht werden, dass da hier so ein Dorn ist praktisch. Und hier oben sitzt der Treiber drin, der nach unten strahlt. Natürlich kriegt ihr auch noch einen größeren Fuß. Soll ja in der Erde verbuddelt werden, das Ding. So. So stelle ich mir das Ding vor ungefähr. Next Job Produktdesigner. Ja man, mit Paint auf jeden Fall. Ich weiß, meine Kamera ist überbelichtet. Die ist manuell eingestellt und die Sonne knallt rein. Mal nicht. Das ist halt so. Genau. Stein ist generell bei Lautsprechern Bombe. Auf jeden Fall. Nikos Zeichnungen. Ja man. Overkill auf jeden Fall. So. Richtig Panne. Aber so soll es ungefähr aussehen. Ihr wisst jetzt hoffentlich ungefähr, was ich meine. Hier oben sitzt der Treiber drin, der nach unten schießt und den Schall hier so über diesen Kegel nach außen verteilt. Diesen Kegel möchte ich aber nicht so eckig machen, sondern wirklich einmal rund. Jetzt ist die Frage, wie mache ich eine Holz-Negativform, dass die ordentlich passt und dass ich die auch, die Teile am Ende gut zusammenfügen kann. Natürlich wäre es mir am liebsten, wenn man das hier oben, ich mache das mal extra, wenn man das hier einmal sozusagen als Form macht und einmal da von dem unteren Teil komplett. Und dass man praktisch schon negativ vormacht und da einfach den Beton reinkippt, wartet bis das Ding hart wird und dann am Ende diese, was ist meine Maus. Und dann am Ende einfach diesen unteren Teil mit auf dem oberen Teil raufsetzt. Natürlich werden die Säulen außen dicker. So. Das ist so quadratisch. Da sollen hier auch Kabel durchgehen. Na, dass das Kabel wirklich unten angeschlossen wird. Das heißt, das wird sowieso schwer, weil einer von denen muss hohl sein. Den aufbohren ist, glaube ich, keine Mission, weil da einfach sonst der Beton bricht, weil er zu dünn dafür ist. Und, äh, oder man legt da irgendwie, man macht es irgendwie in die, man legt irgendwie in Strohhalm oder sowas rein. Das würde ja auch reichen. Aber habt ihr irgendwie eine Idee, ihr könnt ja auch bei NikosKlicks Uncut mal in die Kommentare schreiben nach dem Stream, für die, die es jetzt nicht in den Chat schreiben, ähm, ob ihr eine Idee habt. Wie man am besten daraus eine Negativform basteln kann, sodass man dann eben diesen 4-2 Lautsprecher selber bauen kann. Weil ein Gehäuse aus Beton bauen ist an sich total günstig, der Treiber kostet für normale Menschen irgendwie 30 Euro brutto. Und so ein Bose-Free-Space-Paar für zwei Stück, die sind aber auch so riesig, diese Mülleimer, bezahlt es halt 500 Euro sich einfach nicht ein. Zumal der Freital da drin deutlich besser klingen kann. Und die große Schwierigkeit ist natürlich auch, dass man, ich mach das nochmal in einer anderen Farbe, dass man ja theoretisch, jetzt wenn man hier so durchgucken könnte, das Ding hohl machen muss, damit eben das Chassis hier drin auch ein kleines Gehäuse hat. Ne, damit auch wirklich, ja, Kabelkanal an die Innenseite von der Säule. Hm, Trockenbauplatten. Naja, darf halt, Trockenbauplatten, sind das diese Regips-Dinger? Ich bin da absolut kein Experte, weil nicht, dass am Ende das alles aufweicht. Ja, man, andere Pflanzen im Blumen in den Garten, Nico braucht Bars. Ja, ist einfach so, es muss einfach Spaß machen. Ähm, Gray Element auf YouTube. Ähm, wo wir Tipps zum Formenbau und Betongießen holen. Trockenbauplatten, kann man auch biegen. Aha. Okay. Schaumstoff. Meinst du als Gussform? Weil das Ding ist, ist die Frage, wenn der, wenn der, wenn der hart wird, der Beton, nicht, dass er sich dann an den Kunststoff bindet, dass der dann auch wirklich rausfällt, ne, weil ich möchte natürlich die, eine, eine Negativform machen für alle Lautsprecher. Ja, weil ich brauche irgendwie vier oder fünf Gehäuse davon und will natürlich nur eine Form machen, die auch gleich sind und warum soll ich denn mehrere Formen bauen, wenn es nicht nötig ist? So, wisst ihr? Na, jetzt wisst ihr erstmal Bescheid. So soll es aussehen. Dieses Projekt möchte ich angehen und dieses Projekt möchte ich logischerweise auch verfilmen, so wie die Heimkinebaureihe, weil die Heimkinebaureihe muss erstmal, ähm, stehen bleiben. Denn da gibt es jetzt nichts mehr, was ich wirklich bauen kann, ohne viel Geld auszugeben. Selbst die Stoffrahmen das alles machen. Dieser akustisch transparente Stoff, da kostet die Rolle 500 Euro und ich brauche halt knapp 40 Meter. Und 40 Meter kostet, wenn man es abschneiden lässt, genauso viel wie 50 Meter. Also kann ich gleich 50 Meter bestellen bei GrobiTV, also bei Heimkinobau, heimkinobau-shop.de oder so. Da will ich mir das holen. Und, äh, wie gesagt, alles, was Heimkino betrifft, geht wirklich erst, wenn Kohle da ist und das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Deswegen erstmal ein neues, kleines Projekt, ein Zwischenprojekt, damit überhaupt Content auf dem Hauptkanal wieder, ach du Scheiße, verfügbar ist. Ja. Ja, natürlich wachsen die Bässe, man die gießt, auf jeden Fall. Alles gut. Mit Wasser vielleicht so... Aha. Also ich will aber auch diesen Betonlook haben, ne, dieses Grau. Ich würde da auch kaum, also ich würde da nichts Grobkörniges reinmachen, wirklich nur Zement und halt ganz feinen Sand oder sowas. Kein Kies oder irgendwas mit rein, ne, dass das wirklich so dieser Formbeton ist. Ja, naja, ihr wisst jetzt Bescheid, wie das aussehen soll. Ich kann es ja nochmal zeigen. Ähm, für die, die ja zugeschaltet haben, ich wiederhole es nicht normal. Schaut es euch an bei Nikos Kicks Uncut. Übrigens ab heute, 16 Uhr, ist er jetzt schon durch. Also jetzt gibt es schon ein neues Video auf Nikos Kicks Uncut von gestern, sehr lustig, mit Jan zusammen. Und die nächsten drei Tage gibt es immer 16 und 19 Uhr ein Video auf Nikos Kicks Uncut. Ja, so ist der Plan, Lautsprecherbaumäßig für den Garten, für die nächste, für die nächste Videoreihe. Achso, und ihr könnt mir gerne nochmal reinschreiben, ob ihr auch auf Nikos Kicks dementsprechend sehen wollt, wie ich da alles buddel oder ob ihr nur die Boxen anlöten und so weiter einrichten sehen wollt. Oder ob wir daraus ein ganzes Projekt machen. Würde mich auf Feedback freuen. Auch bei Nikos Kicks Uncut gerne in die Kommentare schreiben, würde mich sehr freuen, wäre cool.